Gute Nacht, Hanna. Gute Nacht. Gute Nacht, Hanna. Gute Nacht. Gute Nacht. Er hat Zahnweck geschlafen, Alter. Zahnweck, lieber Zahnweck, es ist noch nicht zurecht. Alter, der Reck hat 58 von dieser komischen Zahnräder. Punkt dann, ja, ich hab auch 35. Na, du! Was glaubt er denn? So. Was? Freaking free? Oder was glaubt er, wie lange ich werde, wenn das voll ist? Na gut. Ah, wir fangen an. Ah, wir dürfen uns bewegen. Bewegen. Ui, ich stehe da ganz hinten bei der Bande, das ist nicht ganz so cool. Weißt du, was auch nicht ganz so cool ist? Dass der Typ, der direkt unter dem Schloss steht. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Ich mach einen 5-Bowl. Ja, aber was? Und zwar rein auf Verdacht. So, eingerastet. Das heißt wirklich rein auf Verdacht. Ah, was mach ich? Ja, die Zeit stresst schon wieder so gelaufen. Schnell Feuer. Ja, da, 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 da. Da haben wir was damit passiert. Oh, weißt du, dass die Österreicher finden, Alter? Hey, nix drauf. Oh, ich hab drauf und 20 Punkte, Alter. Weiß. Bin ich jetzt geschützt. Achso, weil ich nahe geschrieben hab vielleicht vorhin. Achso, weil ich Depp geschrieben hab. Ich hab auch beides geschrieben hab. Wir sind alle Österreicher, nur der Rege nicht. So, jetzt hab ich nicht geschaut, wo das hingegangen ist. Okay, überall hin, alles klar. Der Zweifachschaden da unten, der ist doch geil, oder? Er hat dir was gefordert. Ja, komm was, wenn MLG schaut. Ja. Ich geh immer auf die Österreicher. Ja. Ist das dem Spiel sein Ernst, oder wie schaut's aus? Ist das dem Spiel sein Ernst? Kann ich das durchschießen? Jesus. Wie kriegen wir den, wo, was? Wie kriegen wir den Zweirätzen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und 1. Ja, dann mal mit Zipper probieren. Ja, okay. Die kriegt's, glaub ich, gleich in Zipper. Stalker vor allem, weil er einmal auf mein Z-Profil schaut. So, ich hätte eins weiter nach links gehen müssen. Toll. Ich hab Regenbogen dann für die beiden. Ja, und die haben wieder... Er hat einen Zug, aber der Zug ist extrem crazy. Ich hab auch nicht wirklich angenommen, dass du ein Stalker bist, Bananenmatsch. Aber ist okay. Nicht? Der John zumindest 1,2 Verfügung gelassen. Ja. Ja, ich muss da weg. Ich bin zu sehr an der Bande, das ist nicht gut. So. Könnte ich jetzt eh nicht einmal treffen, ohne das, was dazwischen ist. Kommt der Regi kuscheln? Ja, komm! Okay. Okay. Regenbogen. Incoming. Offenza und Bananenmatsch. Die stehen ja ideal. Eigentlich müsste man die ganz böse Sachen verbrechen. Ja, ich werde jetzt Bauarbeiten. Oh Gott. Bauarbeiter. Okay. Was ist Regi? Rechnest du nur, oder? Er hat noch seinen Zirkel rauspacken müssen. Seinen Zirkel, ja. Nein! Niemals! Oh Mann, das ist so weh. Iman macht der Regi Schaden. Ich will eins mehr nach links und die werden... Ja, bei mir, Dieter. Die hätten keine Freude gehabt. Da werde ich den Endseits wegsneaten, glaube ich. Uh, das ist geil. Wenn es wahr ist, dass ich eins mehr nach links muss. Ja! Hä? Was ist, wenn ich dir jetzt beide snipe? Das ist beide down. Glaubst du nicht, beide? Oder ist das ein Einser? Ja. Wie lustig sind denn die drauf? Okay. Regi, du wirst weggezuckt. Auf zu zucken, Regi. Easy. Easy. Jetzt warte jetzt mal ab. Also ich schieße einen Regenbogen, der trifft auf jeden Fall. Ich schmeiße jetzt einen Sub-Snipper hin. Okay, gehen wir so an. Ich hoffe, der trifft. Ein Sub-Snipper? Der geht übrigens durch die... Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich plane halt, dass der hier trifft. Pass auf, Alter. Okay, die Schlange war aber schon mal scheiße, Regi. Das kann ja nicht! 220 Schaden. Wirklich wahr, Alter. Aber wie meiner daneben gegangen ist. Wie mein Regenbogen wieder daneben gegangen ist. Boah, ich habe sogar Klasse bekommen, statt nur guter Schuss. Könnt ihr mich jetzt noch mal snipen, ne? Ja, dann würde ich es tun, an deiner Stelle. Dann werde ich gleich beide umbringen, wenn ich genau zwischenfitte. Sofern du es hinkriegst. Der Regi schieße ich eh aus. Ich werde mich jetzt so stören. Go, Leute. Was heißt go, Leute? Dann schieße ich gleich auf den Hinteren. Ah, da wollte ich mich snipen auf den Sack. Voll. Voll verkackt. Oder ich habe einen Zipper hin. Sicherheitshalber. Ja, das mache ich. Das glaube ich. Wir geben jetzt einen Felsbrocken ab. Probier es einmal. Nein, ich habe gehofft. Oder die Katze? Nee, die breit ab, glaube ich. Schade. Nee, nee, die geht direkt, die geht direkt. Die Katze. Sag ich mal. Wenn er sich schon unterhalten mag, dann schreiben wir mit ihm. Wie geht es dir, der Bananenmarsch? Oh, ich hoffe, ich treffe den jetzt noch. Ah, du hast ihn jetzt auch geblütet. Sieb, 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 sieb. Wenigstens hätte man einen Zipper getroffen. Das ist die Hauptsache. Ja, easy. Ich mache einfach 100 Charm mit der verdammten Katze. So wäre es jetzt dann. Ich. Ah, ah. Ah, ah, ah. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Äh, Glänzohr. Na, lieber nicht Glänzohr. Was kann der Blitzregel? Du hast am meisten nicht mal gesagt. Der Blitz, der ist wie so ein Airstrike, bloß der sind einmal. So schlecht. Ah, ja, ja. Ich weiß schon. Das ist nicht ganz normal. Wie er so auswendig weiß. Er hat den ganzen Tag schon zockt, wahrscheinlich. Bist du wieder arbeitslos, he? Pass auf, wegen einem schwarzen Hochgeil. Ja, klar. Miii. Schau, vor allem er hat jetzt schon die Katzen, ja? Der ist ein klasse Junge. Alter. Ja, nice. Nice. Die Flugbahn passt bei mir idealstens. Oh, er bewegt sich. Wow, dann werde ich um... Nein, schlafen recht. Nein, schlafen recht. Ein epischer Backroler. Schaffts. Nö, aber er kriegt jetzt einen von mir ab. Okay. Da wenigstens, da würde ich nicht durchschießen. Das macht dir... Ach, teleportiert dich. Das kenne ich, ja. Kannst doch Risiko spielen und durchschießen. Das macht dir... Nicht, dass er sagt das im Teleport. Das macht dir viel zu kompliziert erklären, ja? 35 Schaden plus 4 XP. Wow. Ja, nice. Ich glaube, du bist dort. Oh, er hat sich wieder gemovt. Was? Wieder eins nach rechts, ja? Ja, vielleicht fast zwei nach rechts. Glaubst du? Hast du einen Roller oder sowas? Eigentlich eineinhalb nach rechts. Oh, ich werde das anders machen. Ich werde ein bisschen nach rechts fahren und dann eins nach rechts verschieben. Wow. Das sind die Skills, oder? Oh ja. Die Mathematik-Skills. Mal, mal den. Zack. Und zack. Er schießt halt drüber übers Loch. Gupiis. Nee, scheiße. Ich traf. Schießt gegen die Bande. Mach einen Trickshot. Ich kann die Glock verwenden. Großer Schuss. Zwei. Ja, was soll's. Ist zwar irgendwie grau und keine Ahnung. Er schießt den Ball des Todes. Er mag's halt wirklich. Schau mal. Du hast es auch nachgetroffen, oder? GG, Affen. Ja, du schlauer Kopf. Wow. Jesus, Scheidling. Jesus, Scheidling. Gescheidling und Smidling. Ah. Ah. Was ist das? 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 Ich bin ein Speiler. Nein, ähnlich. Einwandfrei. Einwandfrei? Okay, OneWall. Free. Ein... was? Einwandfrei. Einwandfrei. Das kapier ich nicht immer. Einwandfrei. Einwandfrei, Alter. Nappel. Oh Gott, Einwandfrei. OneWallFree. Oh, what the fuck. So, ein bisschen verteilen wie der Untergeber auf dem Vorderseil. Ja, wie ich auch sage. Geh weg, Reggie! Der war ein Granter. Okay, das sollte so passen. Einmal Hüpfer. Oder Blumen. Kaktus? Kaktus ist gut, gell? Der zerteilt sich so. Okay, passt. Ich glaube, er passt. Ja, schauen wir mal. Reggie regelt eh, also der zieht uns da durch jetzt. Der bringt's ja halt um. Schmeißt da jetzt ne Nuke rein. Ja. Ja, toll, Reggie. Scheiß nur, was? Scheiß nur. Reggie regelt eh. Reggie regelt eh. Reggie regelt eh. Scheiß nur. Wenn da einer gewesen wäre, dann wär der jetzt tot. Ja, die Kätzchen... äh... Kätzchen. Die Kätzchen. Die Kätzchen. Die Kätzchen. Die Kätzchen. Die Kätzchen. Ich glaub, das macht 100 Schaden, das weiß ich hab. Ich mach'n Glänzer und wenn der hittet, dann hittet er einer. Nein! Die Kätzchen. Ach, Reggie. Er spielt seit Monaten nur noch diese Spiele, ja? Scheiße. Genau. Was? Ja, das war Blumen anscheinend. 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 Aber an die selbe Stelle haben wir geschossen. Nice. Okay, dann nehm' ich doch noch mal die Blumen, zum checken, wo das landet. Wärst du mal wenn der Wettung gewissen wäre, wär's sicher schon längst durch. Oh, oh, oh. 65er Grim ist klar. Jetzt reicht's aber. ich habe ja das ist das problem jetzt ja wohl du krasse junge danke jetzt habe ich nicht doch mitteln weg holt hast ich habe den ersten dann wenn er sich ja so richtig werden aber dann machst du das ja ich habe meine schuze anerlebt nur ich habe ich ganze drei leben noch der hat mich jetzt opfern sicher hier hin du opfer rege okay oder ist das schwarze loch im flechten weg ja ist mir egal was soll es hey den sniper ich habe ich probiere mal schlau matteo ganz nach hinten fahren ist gut rege du könntest dich eigentlich auch weiter nach hinten schleichen ich kann mich nicht mehr bewegen okay nein warum springt die so hoch ja toll das nicht war dann habe ich jetzt alle drei darauf wie den jeremy auch noch drauf was ja ich bin ein gott live hatte 90 nach schwarze loch hat sowas von das leben ist das selbst umgebracht reggae die haben erdbeben gemacht hast du das störung ich mache schlag jetzt so farb bin sind fahrt zu mir vor ich habe stimmte kannst du noch du kannst du tun es kommt nichts oder was er muss den winter naschen also bei den waffen ja aber ich muss das neue haben regenbogen ok damit musste schnell ausrechnen noch zehn sekunden das geht und da ist sicher paar mal willkommen ja richtig geht es aber den der baum der bäbis wird aus dem typ kann ich lieben den bäumen okay wenn ich überlebt und ja müsste ich ja das überlebst du locker wins und würde jetzt halt drauf gehen die schütten was war es drauf gehen was schon überlebt ich habe die störungen rein auf dem bomben ach so dass leibs sind wir flimmern der misst na ja der müsste angehen ja auch nicht doch den jeremy pascal jetzt kommt und jetzt geht das schnitzer ja das könnte sein dass es kurz ist 50 schaden nice 90 sehr gut das war es einfach egal ich kann den typ dahinter mit einer blume treffen ich kann den ersten mit dem rück roller 3 65 habe das ist nur noch aus dem back roller mal was hügel der scheiße mini pinger ja einmal er muss ein bisschen daneben schießen mini mehr gelder soll dann dann weiter okay ich probiere mini pinger ewig aufgerastet ich hätte vielleicht bewegen sollen nicht da und der partei naja der mittler wird offen da sitzt jetzt richtig schön fest da hinten aber ich habe genauso irgendwie sich bewegt dann habe ich seine flugbahn das kommt darauf an wie sein panzer geskillt hat ja aber er hat sich nicht bewegt von daher genau mache ich einfach spekulatius dass er sich ausgeht spekulatius ok den hinteren oder den vorderen ok dann mache ich den vorderen das macht ein guter schaum ja bauarbeiter ich meine stimmte machte ich guten schaum passt hier will er trifft meiner wird treffen auf jeden fall der ist der meiner sollte auch der ist auf jeden fall 25 schaum die ich auf jeden fall mache mit dem tödlichen fall ich habe drei ballen morbus hügel rück roller schnellfeuer 25 unterbrecher ich sag's ihm mal hey was das deadweight ich glaube wieso er ist doch tot hä wohin hat er geschossen wow da ist hp äh das sind sachen keine hp er hat gefragt wieviel dieser deftigen macht dann schaden und ich habe sagen 25 also das stimmt ja auch 1 2 3 4 1 2 3 3 ist gut vielleicht treffe ich sogar die bande dann macht es nochmal schaden banane ja weil es dann ein skillshot ist ne richtig ja ich darf die bande alter 45 schaden was das war's mit zwei köstlichen runden shell shock life vielen dank euch fürs zuschauen hoffe es hat jetzt spaß lasst mal abota ein daumen da kekse kommentare ja bis demnächst bei anderen videos oder wieder bei shell shock mal schauen tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.